Ja hallo und ein herzlich willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda Mit dem Smoker Servus Und bis jetzt noch ein random Vielleicht kommt noch einer Mal gucken Schauen wir mal Ansonsten reißen wir das irgendwie zu dritt Wird wohl scharfbar sein Hoffe ich Ja ho-ho-hoffe ich Ja Na werden wir sehen So Es kann losgehen Oh die werden bis oben auch gar nicht mehr so ungeil Oh Da könnte man das jetzt weg Gut reißen Sie befinden sich auf feindlichem Territorium Sichern Sie diese Position Und bleiben Sie wachsam Wo sie denn wo ist denn Das ist eigentlich nur eine Pistule Aber die hat wenig Schuss Aber die kannst du in der Feuerrad hier La Da kam einer auf meine Der random rennt wieder sonst wo Ja jetzt auch mal Wieso treffe ich den nicht Ja Weil du kein Zielwasser getrunken hast Ah Das fehlt Ich kümmere mich mal hier unten Mach das Ey wir sind zu viert Das ist nicht hoch Wir sind zuiert Da ist doch noch einer drin Oh Schön Ist noch einer zugejoint Schön Oh mein Nachladen Das ist die Waffe echt Ja Nehm ich die hier Hier ist keiner Doch Hier ist aber Gewesen Ok Gewesen Oh Der Die rennen aber auch an Oder Geh Toll Nachladen Ich habe auch schon mal überlegt Von der Story da mal eine Let's play zu machen oder Weiss nicht Was die Leute überhaupt interessieren Würde Willst du denn das play machen? Von der Story noch Warum nicht Kannst du aber nicht machen Aber den müsste ich ja erst mal mit Teil 1, 2 und 3 machen weißt du Kannst du auch machen Vorsicht Feindkontakt steht unmittelbar bezüglich Wollen Sie nicht rein Der erste Teil hat nur einen kleinen Bug an einer bestimmten Stelle Da musst du irgendwie da was umstellen und hast du nicht gesehen Das war mir immer so ohne Echt ja Hm Musst du irgendwie die Konsole aktivieren Und Äh äh Da Was bestimmtes eingeben Ok Halt Teil 1 auf den Neueren Systemen Die mehr Quasi so unterstützt wird Aha Und der Safe Game Import ist irgendwie schon bescheiden Ok Der Flug weckt geil Ich bin Kroganer Schön für dich Ja Äh O Wie ist denn der da oben? Der hat doch hochgekommen. Wo? Ja... Schauen wir den Mietschuh an. Schwierig zu erklären. Ich liege neben euch. Was? Ja. Warum? Und der Salarianer guckt auch morgens zu. Ja. Er guckt wo deine Vicky ist. Aha. Kann auch ich machen. Das nenne ich mal deine überzeugende Leistung. Er hat sich das abgeguckt, nur zuzugucken, wenn ein Gegner da liegt. Beziehungsweise teammate. Hi. Was mach ich doch nie. Scheiß dann! Äh doch. Acht genug. Ich hab so viel Tier. Nein, 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 nein. Ich bin zu dick. Komm schon. Was ist das? Was ist das? Wieso stoppt ich das so? Stoppt das das ja auch? Nö. Bei mir ist es jetzt gerade zur Zeit. Aber jetzt ist es echt vorbei. Komisch. Stuhl lächeln und winken. Sorry dafür. Weiß ein Korn. Warum? Ich hab in den letzten paar offene Uhr auch einen Zug gehabt. Ja. Ja. Ach so, ja stimmt. Da hast du ja nichts. Da hatte ich keine Probleme. Nö? Ein Ziel wurde neutralisiert. Gucken. Wie ist das denn euer Bug? Muss man nicht verstehen. Es ist nur die Bug. Es ist Feature. Nein. Ja, ja. Feature. Definitiv Feature. Gibt keine Bug. Es sind alles Features. Ja. 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 Wir sind so gut wie am Ziel. Oh jetzt leitet doch mal nach. Ja. Ja. Dann mach ich mal drauf, ey. Alter, wenn das weiter so geht, liege ich auch gleich. Alter. Wo? Dahinten? Was machst du da hinten? Den Gegner hin. Oh nein, ich so hoch. Awww. Hörst du auf oder kommst du dazu? Ja, 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 ich bin... Wir latschen gleich aufs Gehen. Oh, ich muss ja erstmal hinkommen. Jetzt bin ich tot. Echt? Weil du willst so lahmarschig warst. Ich habe meine Schwäne verloren. Boah, ey. Proben wir den anderen zu. Herr Ruhl war ja schon von Anfang an da. Und wer ist denn der andere? Okay. Das war schon wieder. Wo ist der andere schon wieder abgehauen? Nö. Warte mal. Eins, zwei, drei. Ne, sind alle da. Mr. Freeman, Mr. Freeman. Aha. Freier Mann. Aus, aus, aus einem Spiel. Ja, ich weiß. Äh, wie hieß denn das? Es war ein ganz geiles Game. Klassiker, Bayern. Ja, das ist schon ein bisschen höher. Mr. Freeman. War, äh, äh. Ach, wie hieß denn das Game? Das war von Valve? Och, das weiß ich auch nicht mehr. Och, ne. Noch Laufbladen. Irgendeine, irgendeine Katze, bitte. Team Mitglied gefallen. Freeman, hebt mich auf. Der hebt mich auch. Geil. Ich lebe wieder. Wenn ihr einen Krogon noch nicht mehr hättet. Au. Ist der unsichtbar, oder was? Ja. Ja, wo? Der wohin? Der ist hin. Ach, da. Da, wo ist er? Da war einer. Oha, ich bin so eine scheiß Blase dran. Warum? Ja, irgendeiner, die hingeschmissen hat. Das kann nur ein Gegner gewesen sein. Du bist juhl, warum? warum ist die banane krumm warum ist es denn krumm weil keiner umwand kam und die banane kardepoog eine weisheit das nennst du weisheit ja und du scheiß hat das salario musste man genau dastehen wo ich hoch springen will genau davor das gibt es Es sind nur noch drei Gegner übrig. Nur noch einer übrig. Nur noch einer? Wo? Wo denn? Wo denn? Hallo? Ich habe da hingenommen. Oh, ich habe mich gerade diesen Scheiß-Chat da an. Das ist das nervig. Das nenne ich mal eine überzeugende Leistung. Die Konsole? Ja, diese Konsole da. Ja, stimmt. Die Konsole. Ich wundere mich. Wieso geht denn das nicht? Wieso laufe ich denn nicht? Schaffen Sie Ihre Arsche von hier weg! Hallo, das war's. Hallo, das war's. Oh! Welt ist doch. Das ging aber auch schnell, oder? Ja. Das haben aber auch mal alle mitgemacht. Ja. Alles schön drauf. Tschüss. Tung 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 Tududu. Tung Tung Tududu. wenn du das nicht weißt ich habe keine mehr ja ich muss weg da auf mich vorzuschossen lassen wir nachraten Zeig mir mal einen, der nicht gerne auf dich schießen würde. Ja, du? Halt dich vom Gerüst. Es sind nur noch drei Gegner übrig. Weiner blickt, mir geht die Munition. Das ist ja volle Munition. Ich mach aber nur noch kein Wanker. Sehr gut, bleiben Sie wachsam. Gute Arbeitstrau. Welle 6, hacken. Hey. Wo? Geht auch nicht. Unser Geheimdienst braucht einige Daten von ihrer Position. Sollen Sie nach einem Zugangspunkt? Und ein ältester aus Oetow. Au, ja. Äh, noch nicht. Noch nicht. Koloss. Ja. Wo? Ah! Falk in Kuppe. Jetzt lade nach, jetzt. Mach doch mal. Ja. Oh, das leckt Kräut bei mir hoch. Ja, bei mir hoch. Er ist da schon. Stieke! Ich habe meine Schäle verloren. Noch nicht gut. Ich lege mir neben Herr Ruhl. Ich lege mir neben Herr Ruhl. Keiner, keiner hebt mich auf. Will ich mich da wiederbeleben? Ah! Ein Freund und Helfer! Danke für die Strafe! Danke für die Strafe! Jetzt muss er wohl weg! Äh. Ich muss weg! Oh nein, der hat mich! Ich wollte auch schon weg! Ich bin ja schon weggesprungen! Meine Güte! meinst du ja sämtliche daten empfangen er hat mich in der luftbahn weg springen normal schnappen das kann ja das kann ja gut das kann ja gut so ja mal gucken ja wohl der ist hier draußen, der liegt auch gerade äh der andere hilft dir, ne der liegt auch also jetzt liegt er, ne der eine hat sich wieder aufgehoben warum bist du, ne oh jetzt liegtst du auch ja, ich hatte so gut wie nichts mehr auf der leiste naja, jetzt ist halt der alte Wetter der wenigstens so gucken wir mal, Smoker oh ne ist das schön muss jetzt Welle 7 kommen, ja ja Exfiltration und so oh, der älteste und der, der, der Collas war gemein ja da kommt noch ja noch ein, Collas Oh, ein Hund Junge ja Jacke, wir sind im Hinterlauf ja, wir sind im Hinterraum ja, wir sind im Hinterlauf war das Kupfer? oh sagen wir, wir sind im Hinterlauf Kollas ist schon mal weg ja oh ältester sind ich gehe schnell mein mund ist hoch kurz bevor ich an die kiste vor warum dahinten warum ist die davor gehören das war doch super easy du wirst gerade angerempelt das war ein fang, der wollte in autogramm ich gehe doch mal mit, du fette Sau du stehst morgen nicht ich wollte doch Muni holen, ich habe keine Muni wieso geht das nicht? ich habe eine Muni-Kiste, wo kein Muni drin ist ich brauche eine Muni-Kiste hier ich war ja nicht mal einer ich habe Muni alter, der nervt da oben ich habe wieder Muni ich habe wieder Muni oh, wir müssen hin merkst du aber zeitig wir sind da, also ich bin da da noch da noch da hau, ich gehe ich gehe gleich ich gehe gleich wenn du weiterhielst ich gehe gleich wenn du weiterhielst oh, hier oh shit ich gehe gleich ich habe nur noch was weiß ich einen kleinen Strichlein ist das knapp gewesen bei mir ich habe nur aber trotzdem den schafft juhu oh aber trotzdem ganz schön knapp fand ich oh ja oh den guck auch noch macht Spaß hm vielleicht nehme ich den beim nächsten Mal hoch mal gucken, mal testen weil ich bin ja auch bald äh, Level 20 jetzt bin ich schon Level 19 äh schon ist scheiße jay, Level 10 echt? schon, ja? so und ich bin gerade mal hier auf Level 19 mit den oder die bisher an sie ja so, dann wollte ich mal sagen das war es mal der Freude wenn es euch fein hat ich gucke mir noch die Kiste was? was guck machst du? die Kiste kann ich mir jetzt noch holen Arsenal Pack oder Reserve Pack das musst du entscheiden das kann ja das ist ja das ist jetzt doof irgendwie, ne? ja da musst du eh nimmene Mu Müller School Müller Ede und irgendeiner ist raus dann ne? also in dem Sinne bis zum nächsten Mal tschau tschüss